Pfiffchen ist ein Pokémon mit dem Typ Unlicht, existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Magnaien. Pfiffchen ist ein kleines vierbeiniges und hundeähnliches Pokémon, das grau und schwarz erscheint. Das Gesicht, die Innenohren sowie die Füße sind schwarz, der restliche Körper ist dementsprechend grau gefärbt. Der Körperbau ist eher gedrungen, auf dem Kopf wachsen die beiden eckigen Ohren und die großen Augen, setzen sich aus gelber Lederhaut roten Iriden und schwarzen Pumpillen zusammen. Pfiffchen besitzt eine rote, abgerundete Nase und sein Maul ist mit verhältnismäßig großen Zähnen ausgestattet. Am Gesäß des Pokémon befindet sich ein dichter, struppiger Schwanz und in seiner shiny Form wirken die schwarzgefärbten Bereiche leicht rötlich, die grauen Körperregionen färben sich golden und die Iriden hellblau. Malfiffchen zeichnet sich durch seine Stärke und seine Schnelligkeit aus. Es greift seine Gegner hauptsächlich mit physischen Attacken des Typs Unlicht an, indem es seine scharfen Zähne nutzt und ihm durch knärscher Schaden zufügt oder Tiefschlag einsetzt. Im Anime sieht man es die Spezialattacke finster Aura einsetzen. Dieses Pokémon ist hartnäckig, jedoch nicht besonders mutig und gibt leicht auf, sobald es zurück angegriffen wird. Das zeigt sich durch seine Fähigkeit Angsthase, die einige Pfiffchen besitzen und es ihm ermöglicht, immer vor wilden Pokémon zu fliehen. Seine Geschwindigkeit wird durch die Fähigkeit der Rasanz oder die versteckte Fähigkeit Hasenfuß verstärkt. Rasanz steigert den Initiativewert bei Statusveränderungen um 50% Hasenfuß um einen Stufe, sobald das Pokémon durch eine Geistkäfer- oder Unlichtattacke getroffen wird, welche Schaden zufügt. Der Pfiffwind ist ein Allesfresser mit einem sehr präzisen Geruchssinn, welcher es ihm möglich macht, jede Bewegung seiner Beute zu wittern und diese zu jagen, ohne die Pferde zu verlieren. Da dieses Pokémon sehr hartnäckig ist, gibt es nicht auf, der Beute nachzuhetzen, bis es völlig erschöpft ist. Durch das Flätschen seiner Zähne und indem es die Haare seines Schweifes abstehen lässt, versucht es die Feinde einzuschüchtern, schlagen sie jedoch zurück oder wehren sich, gibt Pfiffwind, jedoch nach und flieht. Dabei ist Pfiffwind der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Magnaien weiterentwickeln. Die hundeähnliche Statur und das grau-schwarze Fell, welche die Hauptcharakteristika von Pfiffwind darstellen, werden nach der Entwicklung beibehalten. Jedoch ist Magnaien doppelt so groß wie Pfiffwind. Durch die Zunahme an größter Gewicht und den zusätzlichen schwarzen Fellstreifen auf dem Rücken gegen Magnaien bedrohlicher. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung beim Erreichen von Level 18 ausgelöst. Mit seinem Typen Unlicht ist Pfiffwind immun gegen den Psychotypen, nimmt halben Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Käfer und Pferattacken und der Rest macht normalen Schaden.